... ... ... der Boxe eröffnet sich jetzt und ein guter Start war es von der 3-Weiß von Gazzera, der Gast aus Deutschland, aber innen bereits schon überlaufen von Cheyenne. Cheyenne setzt sich in Führung. Hinten ein halter Kopf um die zweite Person. Und jetzt kommt Gazzera nochmal stark ab. Versucht außen rum durchzulaufen. Und auch Wendy kommt innen stark ab. Wer gewinnt diese 10 Lauf? Es gewinnt Cheyenne vor Gazzera. Wendy, Joko und Chiara. Ein ganz spannender Lauf. Bis zum Schluss war nicht klar, ob vielleicht Gazzera noch nach vorne hätte laufen können. Aber ganz klar Cheyenne vorne. Das ist die 1. Die erste Passe der Jaune ist ja so. Das ist das ganz spannender Lauf. Die zweite Passe der Jaune ist ja so. Wie wird das? Das ist die 1. Untertitelung des ZDF, 2020